Und die Web ist auch weiß. Ist doch die mit dem großen Leuchtturm. Das ist die mit dem Tunnel. Das ist die mit dem großen Microphone. Tim und Maisel kennt sich doch aus. Boah, die ist aber kacke. Der kleine Heli hier ist cool. Am Anfang ist das mega mies. Wir kriegen ne Bo oder was? Das ist auch noch Rush, also wir kriegen wahrscheinlich diesen kleinen Heli oder die anderen. Das geht jetzt hier richtig ab. Wenn wir auf der Seite sind, wo der Geländewagen ist, so schnell wie möglich rein in denen. Also wenn wir nicht verteidigen, sondern angreifen so schnell wie möglich. Oh scheiße, der fährt los ey. Äh, shit. Wir müssen uns beeilen. Ich bin hinter Shen. Hast auch die Snipern hier richtig krass, ne? Also, schnell wie möglich versuchen die Bombe zu legen auf A. Oder B. Ich mag Kima A. Ich glaub das gibt 400 Punkte. Ich bin noch da. Von links. Fuck. Seid ihr schon da? Ja. Bin oben noch. Sehr gut. Über uns ist einer übrigens auf dem Haus da. Ja, oben auf dem Haus da. Der ist runter gesprungen auf der anderen Seite. Einen hab ich erwischt. Der ist hinter die Stube auf der anderen Seite. Ah, der hat mich erschossen draußen beim Container. Einen hab ich erschossen, einer hat mich erschossen. Einer legt. Sehr gut. Hinter. Von rechts kommt ein Fahrzeug. Hinter dem, hinter dem, ähm, beiden Containern gefahren, ne? Ich hab den, ich hab den erschossen. Was war der Hubschrober? Okay, der ist ein Spawnpunkt von dem Sniper. Fritz hab ich auch mal gemacht. Ach so, der kommt reichermuspringer von oben. Links von dir. Rechts von, äh, links von dir. Rechts von dir. Wischen den Containern. Gute Pose. Na schön. Achtung. Auf den, auf die anderen Seite, an dem Zaun kommt einer. Okay, versucht B in die Luft zu sprengen. Ich geh rüber zu B. Mann, dieser behinderte Heli, alter. Ich bin... Das ist schon das zweite Mal, dass der mich töte. Wie, wie, wie mach ich das mit B? Okay, hab... Hab geplantet, hab geplantet. Das ist ein Level 100 Spieler, ey. Keine Ahnung, dass der mich so gut abschiebt. Einfach da rein und deffen. Da ist einer. Hinter, hinter der Teiner schon. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, genau den. Achtung, auf der anderen Seite, M-Bro. Hinter dem, hinter den Kisten. M-Bro. Da sind zwei, da sind zwei. Ja, ich seh schon. Da. Einer kommt rein. Hab ihn. Ja, einer kommt rein. Sehr gut, Leute, sehr gut. Aber scheiße, mich hat ein, ähm, Scharfschütze gekriegt. Von wo? Von draußen? Ja, von draußen, relativ weit oben. Ich weiß nicht, wo was hier gestorben ist. Ich kann ihn nicht retzen. Der ist bei mir hier. Nee, ich bin, ich habe oben auf dem, auf dem Berg gestanden. Hab einen. Kommt mal zusammen, bitte. Und dann geht's weiter. Ja, ich bin jetzt bei M-Bro. Also irgendwo oben in den Bergen, das sind ein Scharfschütze. Los, weiter geht's. So, wohin müssen wir denn jetzt? Das ist das nächste Mal? Na, weiter, zum nächsten Punkt A und B. End, ich lauf hinter dir. Boah, ich bin Scharfschütze. Rechts von uns. Deck ihn ein mit Kugeln, dann sieht er nichts mehr. Er ist tot. Kann übrigens auch ein bisschen aus der Map klettern für eine kurze Zeit, ne? Das geht auch. Ja, aber mach ja nicht so'n Bursche, sonst wäre ich wieder weggehört. Ich hab ne 40%, ich hab ne 40% AP. Warte, ich heil den. Okay, 80, 70, 100. Ah, ich hab so'n Medikretter geworfen. Ah, wir haben schon wegen geschmissen. Okay, weiter. Achtung, links von uns ist... Munition könnte ich auch gebrauchen, falls er irgendjemand hat. Boah, ich will nicht in die Sonne gucken, das ist uncool. Wir kommen alle von einer Seite, das ist mega berechenbar gerade. Ja, ich geh mal auf die andere Seite von dem Weg. Ja, Basti, bleib zusammen, weil das bringt nichts. Wenn du stirbst, können wir dir nicht helfen. Ich bin jetzt hier am rüberlaufen. Wir sind gleich da. Ich bin bei der Helikopterplattform von der Seite. Ich bin rechts. Ich geh über A. Alles klar. Oder Heli startet gerade. Ah, ich hab' beschossen. Den schnapp' ich mir, den Fisch. Der hab' ich getötet. Ach, da war noch einer, Mensch. Oben in dem Container ist einer. Ja, der hat mich aufgesiegt. Oh, nein. Ja, ich wollt' dich schützen. Lebst du noch, Basti? Ja, aber ich komm zum Beispiel. Der hockt noch in der Ecke da drin. Achtung. Ich leb' wieder. Fuck. Ah, scheiße. Boah, wer schießt denn hier so krass auf uns? 1, 2, 1, Spawn. Die haben die Bombe gelegt. Lass hier rein. Kommt ihr? Premium-Spieler. Da bin ich ja auch. Bist du ja auch. Das sind wir alle. Mal vorlesen. TB-Deffen. Hab' ich dich erwischt, du Fisch? Jetzt hab' ich's noch im Haken halt. Da kannst du nachher mit dem Zellkumpplan warten. Ich hab' ein Radio, falls noch mal wiederkommt. Ich hab' ihn. Ey, müssen B die Bombe entschärfen? Nein. B geht gleich hoch. Ach so, A. B ist hoch gegangen. Ey, meine Fresse. Hinter dir, Patti. Ah, ich kann nicht meine Augen überall haben. Ich bin bei A übrigens noch. Mittels. Naja. Erstmal A der von uns dann geht's ab. Ich spawne gleich mehr Maisel. Ich bin safe noch. Da kommt einer. Achtung, über die Mauer. Hab' ihn. Okay, go. Da ist einer. Hab' ihn. Da ist immer unpräzise beim Eifer des Gefechts. Was soll ich machen? Okay. Wenigstens. Hinter uns ist einer. Hinter uns. Hinter uns. Hinter uns. Rechts von dir, M-Blo. Ja, genau da. Ich seh' nicht. Er ist tot. Er wurde gemessert. Alles klar. Jetzt geht's los, Basti. Mitkommen. Scheiß-Heli. Achtung. Der soll mal abschissen. Gehen die Fahrer rausballern. Nö. Er ist gelandet. Nein, daneben. Er hat unseren Heli zerstört. In dem Heli. Kommt mal mit, alle. Da ist er weg. Juni, wird schlecht. Fliegst du jetzt in Heli? Sollen wir jetzt runterspringen hier? Was sollen wir machen? Ja, runterspringen. Zieh den Fallschirm erst. Sonst fliegst du vor dem Boden. Sonst brauchst du drei Jahre. Wie kann man den Fallschirm öffnen? Mit der Taste. Welcher Taste? Space. Ach egal, ich schreibe einfach so aus. Nein, ich bin außerhalb der Karte gelandet. Nein, ich bin außerhalb der Karte gelandet. Loil. Alex, wo bist du? Ich, ich lieg auf dem Dach, aber ich lieg auf dem falschen Dach. Ich. Ich spawne bei dir, Shen. Aber ich liege halt, ne. Bei mir kann man spawnen. Shen, zwei, drei, eins. Ich spawne bei dir. Go. Da. Ja. Gar nicht, du läufst. Ja, ich bin wieder aufgestanden. Hier unten waren die, da hab ich doch... Hier unten waren die, da hab ich doch... Liegen oder was? Ich bin bei A drin. Bei A? Mann, wo seid ihr denn alle schon wieder, ey? Ach, Mann. Versuch hier vom Haus runter zu kommen. Ich baller einen ab, und zwei ballern noch nicht. Alle tot, ne? Ich geh auch zur Haar. Ich geh auch zur Haar. Lass mal bitte alle zusammen angreifen. Sonst... Das ist Schwachsinn. Könnte ich ja auch alleine spielen. Kannst du nicht erwarten. Ich bin noch extra bei dir gespawnt, Alter. Du bist da redet, also ich spawne bei dir und du bist jetzt einfach weg. Ich bin gestorben. Da kann ich auch alleine spielen. Ja, genau. Du bist ja alleine, jetzt... Kann ich eh mehr reißen, da würde ich nicht behindert werden. Da bin ich halt für ein Autospiel hier, oder was? Da behindert mich ja keiner. Da steht mir keiner im Weg, Alter, und so. Das ist ja geil. Zieht doch kein Fallschirm. Auf welches Haus denn? Oh, ich hab zuvor... Boah, das war gut. Meiner war richtig tight. Ja, der war... Komm, wir sind zusammen. Wo ist ein Mädel? Wer ist das auch hier irgendwo? In dem Haus... In dem... Da ist er doch... Nein, ich bin raus. Da kam ich schon wieder. Ich bin eben auch schon. Ist der zwar tot? Mann, ey! Jetzt sterbe ich schon wieder wegen der Schein... Ich bin schon wieder gestorben. Paddy, noch mal bitte. Ich kann dich nicht retzen. Du bist im Dings gestorben. Im was? Ja, wenn du kurz danach wieder getötet wirst, instant, dann kann ich dich nicht retzen. Okay, warte, ich spawn auf dir. Zwei, eins, go. Alex und ich sind auf A. Sind da? Planted. Nicht alle auf der Fläche. Vom wo kommen die denn? Vom wo kommen die denn? Vom verteilen und Deffen. Die können von allen Seiten. Die kommen von oben aus dem Dach. Sie können sogar vom Dach schießen. Da oben ist einer. Da ist einer hinter... Der hat mich beschossen. Von hinter euch. Also quasi... Man... Von Richtung B. Beiden hab ich gekillt. Ich bin tot. Die blenden schon wieder. Drei, zwei, eins. Alex, komm her. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn. Marcy ist wieder gestorben oder was? Ich weiß nicht. Ach, die haben wir jetzt. Hä? Ich bin hier aus einer Area raus? Was ist das? Ja, bin ich jeden Mal auch mit einem Fallschirm geflogen. Auf der Minimap-Sette oder auf das rote Gebiet. Da kann ich nicht gehen. Okay. Komm, warte erstmal bis die anderen da sind wieder. Okay, B ist ja schon scharf. Wir können aus der Tür nicht raus. Wir müssen andersrum. Ach, B ist eh schon scharf. Wir müssen vorne wieder raus, ne? Jetzt kommen wir vorne raus gleich. Oh, jetzt kommt das in den Tunnel, ne? Boah, das ist so ätzend. Boah. Ich muss schon mal warten. Boah. Boah. Dieser Heli nervt so hart. Okay, es geht los. Ich nehm den Tank, wenns geht. What the fuck? Der shit, Alter. Achtung, direkt von uns. Und wieder weggesnipet. Ey, wir haben beide... Und den ein? Nein, jetzt bin ich da hinten. Boah. Boah. Patti ist auch tot. Ich bin draußen, also ich bin tot. Shenziro spawnen. Auch tot. Scheiße. Du würdest gar nicht wissen, was ich gerade gemacht habe. Du würdest mich einfach nur auslachen. Weil... Du bist mit dem Helikopter geflogen. Das habe ich noch mitgekriegt. Rechts ist der eine. Rechts ist der eine. Oh, der Panzer! Alter! Dieser Spaß da, ey. Da, was soll denn der Spaß? Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Dieses riesen Ding mit den großen Rädern. Da kämpft einer. Von den Gegnern. Der tötet die ganze Zeit unsere Leute, die spawnen. Logics, keine Ahnung wie er heißt. Das ist auch hier der absolut ätzende Überkack mit diesem Tunnel jetzt. Genau der Typ. Ja, wo oben auf den Containern steht, ja? So ein Spaste. Ich habe ihn erwischt. Der ist dick. Sechs Sekunden, dispawn. Jetzt kann er es auch nicht mehr machen. Jetzt warten wir auf Meldl, heilen uns hoch und dann gehen wir. So, ich bin da. Okay, los. Übersteckung ist feuer. Passt auf, wenn ihr in diese Gänge reingeht. Die liegen ja mit dem Maschinengewehr und schießen auf alles. Und da ist schon einer. Auf der anderen Seite ist einer, der ist markiert. Ich komme in den Tunnel nicht rein. Ich würde, da liegt einer drinnen. Der rotzt da die ganze Zeit raus. Ja, liegt der mit dem Maschinengewehr noch? Nö, mit einer ganz normalen, äh... Die 90. Also der, was mich gibt mit der. Okay, mich hat er mit dem Maschinengewehr, aber warte. Was? Mann, wir brauchen einen guten Panzer hier. Weil wenn du einen guten Panzerschiff hast, dann... Ah, wo ist der denn? Von hinten kam der. Von links. Auf der anderen Seite liegt der. Ja, ich bin auch auf dich gespawnt und er ist wieder erschossen worden. Muvri! 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 Der ist hier irgendwo, verdammte... Der ist hier an diesem Anhänger! Fuck! Hab ihn! Ich bin auf der anderen Seite im Tunnel. Nicht mal! Ich komme! Ja, ich gucke um die Ecke und... Rakete kommt ran! Uah! Ja, da sind zwei, aber die campen nicht. Die sind doch mit dem Raketen-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf. Links von uns ist ein Panzer bei M-Lauf. Boah! Sag doch, da ist ein Panzer! Das ist kein Panzer, da... Alex, tötet den bitte, der war schon fast tot von mir, danke. Boah! Oh, bitte, Alter! Wann haben die denn drei? Ich laufe meinen eigenen Weg, ich will nicht hier diese Gänge. Ich laufe mitten durch, Alter. Das ist der Granate. Das auffälligste einfach. Boah! Schmeiß die Granate! Schmeiß die Gänge! Alter, ich komm hier, ich kann mich nicht bewegen, Alter. Ich werd die ganze Zeit weggefeuert, Alter. Der steht einfach nur da mit seiner Maschinenbistule, Alter, und schießt. Wie ein Bekloppt, ey. Mach's hier gewetzt, glaub ich. Hm. Der Gang ist frei. Auf der einen Seite. Alles gut. Aber diese scheiß beiden Panzer, die machen einem das echt neben... Ja. Ja, das Problem ist, dass der unseren Panzer geklaut hat. Der Spawn, der eine Typ, der bei uns... Oh, ich glaub... Basti kommt durch, hier bitte. Wir stehen jetzt genau hier vom Eingang. Das ist ein Panzer. Schmeiß mal bitte deinen... Ja. Das schaffen wir never ever. Rüben, auf der anderen Seite ist einer. Oh, die kommen... Der Panzer ist weg vom Gang. Oh, zwei. Verdammt. Wir müssen einmal schaffen, diesen Panzer irgendwie zu wegzusprengen. Und vor allen Dingen unser Panzer, der muss weg, damit er wieder spawnt. Scheiße. Ich hab'n Jeep. Ja. Der Jeep ist eigentlich auch ziemlich krass hier. Allerdings, wenn der Panzer aus Zwift... Bin ich in den Jeep. Ich bin im Jeep. Ich lenke sie ab. Ja, bevor wir da sind... Oh, komm, im Jeep. Geh raus da. Nein, ich hab's nicht geschafft zur Tür nach vorne. Ist ja auch lächerlich, wie schnell du das Ding da weggeschossen kriegst. Wie viel machen wir das denn jetzt am besten, ey? Ja, der Panzer, Achtung. Eigentlich alle Raketen darf doch durchschaffen. Das ist das Einzige. Dass sie nicht mehr gegenrappen können. Ich versuch' euch am Leben zu halten. Eine unkampfunfähigte eine. Unkampfunfähigte eine. Unkampfunfähigte eine. Kaputt. Sehr gut. So. Jetzt ist los. Panzer ist kaputt? Ja, Panzer ist Marsch. Ach, ich bin trotzdem tot. Deine SKS. Wieso schreit's hoher als so'n Sohn? Man, die SKS... Ich weiß nicht, wer die benutzt hin, muss auch richtig hängen geblieben sein. Ist die nicht gut oder so schnell? Ja, es ist so ne automatische Sniper. Zwei Treffer oder drei in den Oberkampf. Du bist tot und kannst halt die ganze Zeit damit... Ja, ganz schnell hintereinander schießen. Tötet mich die ganze Zeit. Kann mich reden. Sam 666. Ich glaub' ich hab' die Panzer ausgeschneidert. SKS schon wieder so einspannend. Ja, der springt da die ganze Zeit rum. Also ich mein' gegen die Waffe ist eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, die hat genauso ihre Schwächen, aber der Typ... Der fahnt uns halt da gay ab die ganze Zeit. Der andere Panzer macht das halt gut und... Ja, wenn wir alle vier Panzer hinten Dinger hitten, der wär' dann... Wenn alle mal treffen auf einmal, dann... Tschüss, Panzer. Die reparieren halt die ganze Zeit den Panzer hinten, oder? Ja. Deswegen müssen alle vier. Weil das kann man nicht mehr gegen... Dingsen. Wir reparieren nicht so schnell, wie man äh... Ich hab' jetzt'n Sohn. Okay, der Typ ist jetzt... Immer noch nicht kaputt. Was für hinter dir, Shen? Mit so... Loch auf die blauen schon. Ach, die haben gleich verloren. Wir haben hier einen Panzer... Gleich? Nee. 72 Tickets. Weiß nicht, wo unser Panzer die ganze Zeit ist. Ja, der steht da rum und schießt vom... vom Spawn aus. Ja, das ist halt Bullshit, ne? Ja, der tötet mich die ganze Zeit, dieser SKS-Idiot, ey. Alle hunderten an einem Team, der hat auch... Ich kann es nicht richtig, aber gut. Man geht doch mal aus dem Weg, du Pfosten! Ja, Kamikaze! Boah, wo ich hier grad bin, wenn einer von euch spawnen kann, ich bin schon relativ weit vorne. Ich auch. Auf Maisels Höhe. Hab einen. Auch einen. Ich bin tot. Boah, da sind vier oder fünf Leute um den Panzer rum. Wir sind alle an diesem Viertel eingangen. Ich seh das. Was, lebst du noch? Ja, ja. Spawn bei dir. Oh, ich hab Angst. Ja. Ja. Kannst du eigentlich nur mit einer RPG reinschießen. Oder eine Granate. Nein! Aber ich glaube, lächerlich ist, dass unser Panzer die ganze Zeit hinten rum steht und nichts macht. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich bin schon halb dauer. Ich bin schon halb dauer. Ich rüberier dich auf. Ich rüberier dich auf. Lauf weiter nach vorne. Nein. Nein, 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 nein. Ich hab 30 Prozent. Ich muss zur Sicherheit gehen. Scheiße, meine Mund ist leer. Geht sie da? Alex, warte. Ich komm nicht hinterher. Ja, ich geh immer noch vor und wieder zurück. Andere Möglichkeiten hab ich hier eh nicht. Neul, der Panzer hat den Heli abgeschossen. Ich hab gerade einen abbekommen. Ja, aber die anderen spielen halt nicht im Team. Die schießen jetzt aber alle mit Dinger, hallo. Alter. Das müssten wir auch machen. Ich reparier dich. Die ganze Zeit. Ja, das bringt nichts. Weil die anderen schießen. Die anderen hätten die Zeit, zu versuchen den anderen Panzer zu zerstören. Auch mit RPG. Ja, das machen wir nicht. Hilfe beim Kill durch Niederhaltung. Ja, ist gut. Du kannst die halt suppressen, die Gegner, wenn du die nicht triffst. Aber dann verschwimmt dein Bildschirm so ein bisschen. Und du zielst halt nicht mehr genau. Ja, ist kaputt. Nice. So, jetzt können wir? Nein, 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 nein. Ich hab nur Jan ihn getötet. Basti, einfach immer rauf. Ja, warte. Ich bin hier so hin. Oh Gott, ich werd getroffen. Ich bin tot. Dass man nicht weiß, wo der Panzer gerade hinfährt. Das müssen wir zielen. Das müssen wir zielen. Die sind übrigens bei uns auf der Seite und töten euch jetzt. Die sind bei uns an dieser Maschine wieder. Passt auf, ich kenne euch. Ich hab schön den Panzer überlegt. Ich muss weg. Mann. Jetzt geht er kaputt, ne? Ja. Ja, du verstehst nicht. Der Schütze, der oben an der Pistole steht, muss gucken, dass rundherum ums Auto nichts passiert. Da kam ein Bot angerast. Dieser Bot. Doch, der hat uns alle. Das war in toten Winkel. Dieses Kle... Nein. Selbst ich hab's gesehen. Und ich war unten in der Maschine. Sie haben uns alle getötet gerade. Dein Winkel war nicht so tot wie meiner. Ja. Ich bin gedisst, sagt der Mann. Das sind jetzt für Kinder irgendwas. Ja. Rechts ist einer. Rechts. Richtig. Da sitzt einer mit einer, äh... Mauer. Da ist so eine Fahrzeugmauer und da sitzt der drinnen. Ja, was mich halt wundert, dass wir im Auto sind. Am Anfang, sie bis in den Tunnel zurückgedrängt haben, die Typen. Also... Kommen wir gar nicht vorwärts, ne? Ja. Ja, aber das scheitert immer an dem Tunnel hier. Jedes Mal. Deswegen mag ich diese Map auch nicht. Das scheitert immer an diesem blöden Kack-Tunnel hier. Nö, ich hab das schon oft... Ich hab's noch nie einmal hier vorbeigekommen. Noch nie. Es liegt einfach daran, wir müssten... Die anderen hier, also die nicht nur wir, sondern die anderen auch alle. Ich weiß nicht, warum ich mich hinlege, ey. Ich mach nix mehr, ich steh nur noch rum. Und ihr seid nicht die Letzten. Guckt euch mal die Leute an, die bei uns im Team sind, was die machen die ganze Zeit. Das ist einfach ne Bullshit. Der ist dem Panzer 30 Sekunden gefahren, aber da war der schon so schlimm. Nicht mal. Ja, das nimmt das Problem. Okay. Und diese drei Clan-Typen, die nehmen uns halt so auseinander. Was macht ihr denn hier oben? Der Heli von uns macht die ganze Zeit auch nichts. Der Große? Wir haben einen großen Heli und einen kleinen Heli. Naja, komm, geh mal raus. Aber für den Anfang... Die beiden anderen Spiele waren ja ganz nice. Das ist ja auch dann eine Map, die wir am Anfang erstmal nicht spielen müssen. Das ist ja okay. Boah, schau dir mal die andere Hälfte an, da unten. Hast du's gesehen? Schau mal die Übersicht nochmal an. Nee, ich bin schon raus. Doch, obwohl... Die letzten... Die letzten vier sind die schlimmsten, die haben nicht mal über 1000 Punkte. Hm. Ja, gar nix gewollt. Können wir nochmal eine andere Map machen? Ja, Basti will bestimmt... Obwohl, nee. Es ist ja schon jetzt hier nach 12, Alter. Geh nicht. Ich bin weg, auch. Ne, machen wir das nun öfter? Können wir gerne mal machen, das ist doch ganz lustig. Wenn man halt auch die Maps mal kennen würde. Basti? Und jetzt wird das... die nächsten Mal.